Wer kennt es nicht, eine Masche ist runtergefallen und jetzt habt ihr auf die Schnelle keine Häkelnadel zur Hand, um das zu beheben, dann könnt ihr das auch einfach mit eurer Stricknadel machen. Hebt diese verlorengegangene Masche mit der rechten Stricknadel wieder auf. Dann liegt hier dieser Querfaden, der nicht gestrickt wurde, und den hebt ihr auch mit der rechten Masche wieder auf. Und dann macht ihr einfach einen Überzug, indem ihr diese Masche über euren Querfaden drüber zieht. Der ist heute bockig, der Querfaden. So, jetzt legt ihr diese Masche wieder auf eure linke Nadel und seht, die ist jetzt verdreht. Dann müsst ihr sie einfach nur einmal umdrehen. Jetzt legt sie wieder richtig drauf und ihr habt euer Strickstück gerettet. Die Masche ist wieder da. Ich zeige es euch nochmal. So, hier geht uns jetzt eine Masche verloren. Mit der rechten Nadel aufheben, den Querfaden ebenfalls aufheben. Mit der linken Nadel die Masche über den Querfaden ziehen, die Masche wieder zurück auf die Nadel und einmal umdrehen. Und alles ist wieder fein. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Viel Spaß beim Stricken.